Blasphemie geschrieben von Wilfried Liebe am 17. Januar 2017 Blasphemie? Was wäre, wenn Cäsar heute leben würde mit Schulpflicht? Was wäre, wenn Napoleon Sohn eines Schuhmachers gewesen wäre und dann selbst Schuhmacher geworden wäre? Was wäre, wenn Martin Luther nicht so kleingläubig gewesen wäre? Wie ginge es den Frauen, der Umwelt, den Tieren? Was wäre, wenn Adam schwul gewesen wäre? Und Eva und alle Evas ihre Kinder bekommen hätten wie die heilige Jungfrau Maria? Was wäre, wenn Gandhi, Marx und Einstein heute leben und denken würden? Jeder als ein Jesus, ein Allah, ein Buddha und jedem Gottes Wort in den Mund gelegt. Sind diese Gedanken wirklich absurder als die Welt da draußen? Blasphemie, mehr Kulpa. Auch eine Art von Blasphemie, dass sich dieses Mädchen großartig fotografiert von der Erlanger Stadtfotografin Barbara Warner für Götter. All right.